Tinken! Geh rein ins Bild! Ich hab nämlich gestern... Mit Ton, ja? Oder ohne? Ja, ja, alles mit. Wir sind alle mit drauf, sozusagen. Ja, ja, geh doch hin! Es läuft! Jetzt kommt da! Die Gräntelegräme! Das ist halt der deutsche Sommer, ne? Genau, fängt gleich wieder an. Aber die versteht das nicht. Na klar, darf ich's ja auch mal aufnehmen als... Ja, aber das ist das Helmer raus, hänge nicht. Können Sie mich mal im Bus aufnehmen? Nein, im Bus, ich nehm dich auf. Am Freitag, am Freitag hättest du nicht aufnehmen, sondern in gut. Wieso geht die Weite nicht mal dazu? Allerdings von dieser Seite... Weil die Scheu-Spiegel... Blende, blende! Hier, es läuft! Es läuft, bitte! Jetzt bist du... Musst du was erzählen? Ich mach so, als ob ich was ausflötet, ne? Aber ich finde jetzt mal... Es geht nicht weiter, Rolf. Ja. Ja, so rum geht's, ne? Ja, äh... Es ist dunkel, es ist nicht gut. Ja, cool. Weil es innen drin so dunkel ist hier... Baterie ist zu laut. Lauf. Baterie... Ah, ja, jetzt... In Fensik, wo ist der Teufel? Ja. Lächeln, bitte! Alles klar.